So Leute, welcome! Heute habe ich drei gefährliche Kombinationen für euch. Die erste lautet Jab, Cross, Kopfhaken, Leberhaken. Nun kommen wir zur zweiten Kombo. Jab, Cross, dann gebt ihr der Cross zum Körper und danach wieder den Leberhaken. Und die dritte und letzte Kombination lautet Jab, danach den Uppercut, den starken Kopfhaken, danach den Leberhaken. Let's go!